Eik? Ja? Wie mach ich nix? P-Keeper? Ähm, du setzt... Ich hab schon nen Schild geschrieben, aber auf welche Zeile? Ganz rum in die Zeile. Okay, und die nächste Frage ist, egal was für ein Schild ich nehme? Müsste eigentlich egal sein. Die letzte Frage, die ich hab, wie mach ich eckige Klammern? Ähm, Alt-Gr, Alt-Gr8 und Alt-Gr9. Alt-Gr, du meinst Steuerung, oder? Also SRG? Nee. Und Alt oder Alt-Gr, gibt beides? Alt oder Alt-Gr, also neben den Leertasten, die Tasten. Okay, dann muss ich den einen aus dem Chat auszuschreiben, damit ich's nur mehr kann. Das P muss auch groß sein, richtig? Das X, das P und das K muss groß sein. Das, ähm, dämliche Schaltplatte. Pfeile da rein, mein Ange kommt hier rein. Ähm, der Rest kommt erst mal dahinter. Was ist eigentlich Aqua Affinity? Äh, länger atmen? Nee, das ist The Respiration. Ja, ich glaub, schnell was abbauen unter der Erde. Ich hab davon im Buch in meiner Dings. Äh, und hier die Schienen. Oh, hab ich ein Lack verfickt. Nochmal, danke. So, die verzauberten Bücher, die ihr nicht braucht, die könnt ihr hier in die Kisten schmeißen. Ich verzaubert zurzeit keine Bücher. Nee, aber falls ihr welche findet oder so. Ich hab zum Beispiel eins mit Curse of Vanish, das brauch ich nicht. Ich bin, kann bitte jemand googeln, weil ich hab einen Helm, einen Lederhelm, mit Projektilprotection 2. Und ich bin der Meinung, man konnte irgendwie mit einem Schleifstein das auf ein anderes Rüstungsteil übertragen. Aber, ich kann da auch einen Helm reintun, aber es funktioniert nicht. Ähm, wenn ich da gar nicht... Ich kann's nicht testen, ich hab keinen Schleifstein. Äh, Schleifstein ist hier im Dings. Ja, den hab ich ja da hingesetzt, aber ich renne jetzt nicht nochmal zurück. Also, wir haben jetzt einen neuen Cave-Spider-Spawner, zwei Skelett-Spawner, ein Zombie-Spawner. Die könnten so langsam mit der Mob-Farm anfangen. Wäre cool, weil... Dann könnte ich mal eine Level-Farm für Fortune 2. Äh, kannst du auch in der AFK-Angelfarm, wenn du dich da hinstellst. Und dann angelst du sogar noch gutes Zeug, wenn du Glück hast. Komm, dann stelle ich mich jetzt mal den Rest der Zeit, die ich heute online bin, in die AFK-Angelfarm. Mal sehen, was ich drauf bekomme. Mach das! So, wenn ich meine AFK-Angelfarm... Äh... Projektilprotection 1... Wo hab ich denn jetzt? Was hab ich hier mit drinne? Wo ist die AFK-Angelfarm? Äh... Bei meinem Haus dort... Guckt so ein kleiner Stein-Knubbel nach oben. Da ist eine Leiter. Die einfach runter gehen. Da kommen noch... Äh... Fahrstühle hin. Okay. Ach, das Haus wollte ich auch noch bauen. Okay, und wie funktioniert jetzt nochmal die AFK-Angelfarm? Ähm... Einfach hinstellen, das Angeln auf eine Taste legen... Und wenn du Glück hast, wirfst die Angel immer nur einmal aus. Und dann kannst du stehen bleiben. Kannst du nebenbei Essen kochen... Was auch immer. Für den Punkt zu treffen, bist du die... Ja... Den Punkt passend zu treffen, ist immer ein bisschen schwierig. So... Erste Maustaste umbeinden... Äh... Kommt auf Leertaste. Ich mach's immer auf eine Pfeiltaste und da lege ich mir noch mal drauf. Ey, der passt jetzt gleich mit einer Pinnaht und einfach super einfach an meiner Tastatur einklampt. Ja, und ich hab hier äh... Von meinem Sohn... Der hat mir so ein... Ja, ähm... Igel aus Ton gebastelt. Den leg ich mir dann immer auf die Pfeiltaste. Da läuft alles. Es wird schon wieder Nacht. Hm... Ich brauch kein braunes, ich brauch kein schwarzes, ich brauch ein verficktes weißes Schaf. So, jetzt muss ich noch die Position finden. Ja... Ähm... Ich orientier mich immer... Links mittig ist ein dunkel... Dunkler Punkt. Dunkler als die anderen. Dort einfach rauftun. Den siehst du aber erst, wenn die Tür offen ist. Ist das richtig? Habe ich den Punkt erwischt? Ähm... Eik, es gibt auf der Angel... Unbreaking 3, Lule 3, Luck of the Sea 3, oder? Mehr gibt's nicht. Äh... Mending... Kannst du noch drauf haben. Ja, aber ich mein für uns jetzt erstmal. Nö, das war's dann an Verzauberung. Okay... So... Muss ich auf der Traktor stehen? Äh... Ich komm einfach mal runter, ich zeig's dir. Ja... Mach das. Einfach genau... Einfach schön davor sich hinstellen. Ich würd sowieso anfangen, bevor du den Punkt nicht kennst... in irgendeiner Kiste davor sind, einfach normale Angeln. Bevor du deine Angel damit verbrauchst, nimm einfach die normalen, um den Punkt zu finden. So... Ähm... Ist das toll? Ja... Da stellst du dich hin und ungefähr... ähm... Ich stell dich einfach mal genau dorthin und mach mal. Weil wenn du die Tür aufmachst, ähm... willst du dort... Du musst hinten gegen das Ding... Ja... Du musst mir schon den Punkt sagen. Äh... Autoclicker... Das ist die... Das ist die... Das ist die Leertaste. Okay... Ähm... Das funktioniert nicht mit einer... Das funktioniert nicht mit einer... Das funktioniert nicht mit einer Tastenbelegung. Das muss wirklich die Maus sein, witzigerweise. Nö, ich... Bei mir geht's auch mit der Pfeiltaste. Ach hast du... Ja, weil letztes Mal meintest du, dass das nicht funktioniert hätte. Ja, ich stell... Ja, weil ich mich immer so seitlich hingestellt habe. Aber ich stell mich mittlerweile fast ganz davor. Also so... Ganz klein wenig nur, ähm... Links... Links... Links angehaucht. Und... Hier hinstellen und dann einfach nur da auf den Punkt. Ja, ich hab... Ich hab ne andere Idee. Äh... Können wir kurz Tart machen? Äh... Ich bin grad nicht zu Hause. Ich such grad ein verficktes Schaf. Okay. Warum denn Schaf? Ich brauch eine Wolle. Es könnte sein, dass ich noch eine Wolle hab. Ja, ich hab auch noch irgendwo welche. Dann... Könnt ich nämlich zu den... Kisten runter, wo der Loot reingeht, den Elevator schon mal setzen. Du kannst immer noch meine Elevator haben. Ich verwende die ja nicht. Oh, das hättest du doch vorher sagen können. Du fragst nie. Hä? Komm mal her. So. Ich leg mich mal eben ins Bett und guck dann eben auf meinem zweiten Bildschirm nach etwas. Äh... Da ist das. Ich brauch diesen Ordner mal eben. Ich bin schon wieder auf dem Heimweg. Ich bin schon wieder auf dem Heimweg. Ich seh schon irgendein Haus mit irgendwas Goldenem oben drauf. Okay. Ich brauch gleich einen Eimer. Und das war's eigentlich. Und ein bisschen Wasser. Wie heißt denn hier? Da ist eine Wolle. Das ist gut. Ach so. Ach so. Wo sind die denn? Hier sind vier Enderpearl und die 16 rote Wolle. Ach so. Ich lieg schon mal. Jetzt hab ich alle Enderpearl genommen. Ich du die... Im Heimweg liegt noch nicht. Äh... Ja, Ike ist sowieso noch nicht so ganz da. Ich leg mich aber trotzdem schon hin. Ihr könnt euch schon hinlegen. Es sind nur noch Sekunden, denn... Ich liege. Ja, ich auch jetzt wieder. Ja, ist doch. So, ich brauch zwei Wassereimer. No Rezept Unlocked. Check your Rezept Book. Wow. Tier Loot. Ich hab hier noch vier Eier Darko für ein Hühnchen. Ach stimmt. Da könnt ihr auch mal schauen in meine Kiste. Wäre zwar ein riesen Zufall... Aber ich hab keinen. Ich hab keinen. Ich hab noch vier Tück. Wäre echt ein cooler Zufall, wenn wir da aus dem Rücken gehen. Ja. Aber ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit dafür ist. Ich auch nicht. Ich werf die da jetzt... Oh, Scheißcreeper. Einfach mal hin. Steuerung K war das. Ja? Ja. Ich geh AFK angeln. Ja. Ne, kein Hühnchen. Das ist nicht AFK angeln. Ah. Komm schon. Doch, ich bin jetzt... Wieso funktioniert der nicht mehr? Was hast du da? Da ist nicht mal was. Tracking. Tracking. Warum trackt der denn nicht mehr richtig? Viel Spaß. Probier dein Glück. Haben die nach der 1.12 das allen umgeändert irgendwie mal? Nein. Ich weiß, was das ist. Video Settings Partikel Minimal. Ah. So. 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 Jetzt fallen dort erstmal keine Mobs runter. Ich hab da jetzt einen Elevator gesetzt. Und runter zu den Aufwandkisten ist auch ein Elevator. So. Das und das da rein. So. Dann ist jetzt die Frage, wie machen wir Dittetitte mit den Spawnern und der Mobfarm? So. 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 Ich glaube heute ist doch wieder irgendwie was von seinem... Achso, Modellbau-Club oder? Ja. Da muss noch ein Hopper ran. Hau mal hier. Das erste Mal hier rein. So, so, so. So, wieviel haben wir jetzt noch da oben? Das ist voll, das ist voll. So. So. Dann klafft man noch ein paar. Hoppa. Soviel zum Thema er angelt. Er steht in seinem Haus und hat die Angel nur in der Hand. Irgendwas klappt nicht. Ich hoffe der merkt es schnell. Oh Gott, Entschuldigung. Ne, ich bin da noch in der Aufnahme. Da gehört sich das doch so. So. Ich habe nicht mitbekommen, dass du in der Aufnahme bist. Äh, seit 16 Minuten. So, ähm. Ich überlege gerade. Ich glaube ich fasse alle Feldkisten, äh, ne. Ich wollte gerade sagen, ich fasse alle Feldkästen in eine Uhr zusammen. Aber das mache ich nicht. Okay. So, hier mal 17 Hoppa. Ich habe vier Fische gefangen. Äh, als ich bei dir war, stand die nur. Du hast dich die ganze Zeit auch nur in der Hand. Ja, aber ich angel. Also, ich sehe meinen Köder. Ich kriege auch die ganze Zeit Fische. Ich habe schon den fünften, ohne dass ich nur einmal meine Maus in der Hand hatte. Ein Mysterium. Vor allem, weil er nur gegen die Wand agelt. Ja, gut. Ich war, also ich habe eine Zeit lang auf einem, äh, Roleplay RL, also so ein, äh, real-life GTA-mäßigen Minecraft-Server geschnitten. Die beste Möglichkeit da, Geld zu verdienen, war angeln. Wenn du keine Firma hattest. Was habe ich kurzerhand gemacht? Mein Angel-Bot runtergeladen. Äh, ha. Wenn wir viel sind, würden wir jetzt sagen, verboten. Ja, da müsste ich aber auch die, äh, afghane Farm verbieten. Ja, weil ich erkläre, ich mein extra Bot sich runterzuladen. Äh, pff. Wir haben ihn auch auf dem PC. Ich habe nichts gehört. Und dann kann man ihn leider Gottes super einfach austricksen. So, 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 so. So. Das da hin. Die Sticks da hin. Wasser habe ich bis jetzt eins. Ähm. Hier unten 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir hier noch was. Äh, äh. Und ich brauche das Holz wieder. Wow. abgesehen von der tatsache dass man durch das aufgaben echt viele level kriegt kriegt man außer fischen nichts ja das wundert mich halt auch das kann nicht sein ich habe nichts verändert irgendwie also das beste was ich dazu gezogen habe waren lederschuh ja die habe ich auch schon ich habe bisher sieben fische gefahren es verwundert mich trotzdem also irgendwas haut da nicht ganz hin ich kann jetzt mal einfach so ich kann ich stand ja schon bei mir im see und habe versucht zu angeln da habe ich bisher ohne fische rausgekriegt ja